Schaut mal, was Hop-Hop der macht, wer er Tag zur Nacht und was, wenn er sich versteckt, habt ihr ihn schon entdeckt? Hop-Hop die Eule Das ist das Haus von Hop-Hop der Eule. Toc-Toc ist Hop-Hop besuchen gekommen. Er winkt mit seinem Flügel. Hallo, geh und such Hop-Hop. Er hat sich versteckt. Oh! Kissenschlag! Haha, das ist ein gefährliches Spiel. Seid vorsichtig, ihr beiden. Die Kissen haben den Turm getroffen. Ein Becher. Das ist ein Becher vom Turm. Noch ein Becher. Oh! Um einen Turm zu bauen, muss der kleine Becher auf den größeren Becher. So! Und wo sind die anderen Becher? Hört ihr das? Hört ihr das? Schüttet die Bohnen wieder ins Glas. Schüttet die Bohnen wieder ins Glas. Eins, zwei, drei und los! Und los! Hop-Hop! Hop-Hop! Finde den gelben Becher! Ist das gelb? Nein! Dieser Becher ist gelb! Grün Gelb Orange Aus wie vielen Bechern besteht der Turm? Eins, zwei, drei, vier, fünf Gut gemacht, HoppHop! Aber es müssen sechs sein! Wo ist der sechste Becher? Da ist er! Fertig! Die Vögel haben aus den Bechern einen Turm gebaut. Ein bunter Turm! Ooooooh! Pff! 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 Vielen Dank.